Hallo, mein Name ist Melanie. Ich wohne in dem wunderschönen Österreich. Ich möchte dir heute meine Ponys vorstellen. Legen wir gleich mal los. Hier hinten sind die Ponys. Hier siehst du Icarus. Icarus ist eineinhalb Jahre alt und ein Fjordpferd-Wallach. Er ist seit gut einem Monat bei uns und er ist sehr verspielt. Er liebt es, Dinge ins Maul zu nehmen und mit allem zu spielen. Aber er ist auch manchmal sehr dickköpfig. Man merkt sehr typisch, dass er ein Fjordpferd ist. Dann geht es weiter mit meinem absoluten Herzenspferd Xeni. Sie ist ein Welschpony. Sie ist eine Stute und 21 Jahre alt. Sie hat die seltene Farbe Rotschimmel, das heißt sie ist im Sommer mehr rötlich und im Winter ist sie mehr weiß. Xeni ist mein absolutes Herzenspferd und bereits seit zwölf Jahren an meiner Seite. Sie ist sehr liebevoll und sie ist ein richtiges Allroundpony. Das ist meine 14-jährige Haflingerstute Amora. Sie ist bereits seit sieben Jahren an meiner Seite. Sie ist sehr anhänglich und lustig. Sie liebt es einfach irgendwelchen Quatsch zu machen, wie lachen, nein sagen.